Musik Danach geht es auf den König-Halmrich-Platz, dann kommt der Höhepunkt. Wir wollen einen Guinness-Rekord aufstellen mit dem längsten Hallei der Welt unter dem Motto Hoppa, Duisburger aller Nationen tanzt an auf dem König-Halmrich-Platz. Die begabten Tänzer tanzen auf den Wiesenpfannen und wir alle anderen drumherum. Wir brauchen mindestens mehr als 904 Personen. Da steht nämlich der Guinness-Rekord, 22. März, Sonntag, König-Halmrich-Platz, 16.30 Uhr, Hoppa. Musik 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 All right, good one.